Und das ist der Start zum zweiten Rennen, Zukunftsrennen des Clubs, der Rennfernebesitzer. Wir übernehmen die Spitze, gut gestartet ist Flying Officer, aussen mit Vorwärts dran ist es In The Field, dann folgt innen in Blau und Weiss ebenfalls stark in die Hand des Jockeyers gehend, Shooting. Dann Zanas Dancer, am Schluss des Feldes ist es Lion Sun hinter Neyfein. In gutem Tempo geht es in die einzige Gegenseite mit Flying Officer vor, In The Field, dann Shooting. Zanas Dancer, gefolgt von Neyfein und am Schluss Lion Sun. Mit der Gegenseite Clément Lerue im Sattel von Flying Officer an zweiter Stelle, Milan Sattelkal mit In The Field, dann Dennis Schirgen mit Shooting, dann folgt Zanas Dancer mit Raphael Lick, Neyfein, Nicola Gilbert und am Schluss des Feldes Lion Sun mit Kieran O'Neill. Es geht in den letzten Bogen so langsam, wird es ernst. Vorne umverändert Flying Officer, aber In The Field in bester Alter und daneben dann Shooting, der hat ebenfalls noch seinen Pulver noch nicht verschossen. In The Field versucht jetzt anzugreifen, aber Flying Officer marschiert, Flying Officer marschiert und jetzt kommt Shooting. Shooting, Flying Officer ist zwei, drei Längen weg, aber jetzt kommt In The Field und Shooting vor allem. Shooting wird immer stärker. Vorne ist umverändert Flying Officer, aber In The Field wird jetzt jedenfalls schnell und Shooting ist da. Alles Flying Officer, Flying Officer, Flying Officer. Und dann ist der größte Angegen, der Typ ist der 2er von einem Armivormor, der flے der Welt und dann auf den Ziel, schlägt er noch Shooting, dann folgt Neyfein, dann erst Zanas Dancer und der Dmitry-Tor.